Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ist das irgendwas, hier unten habe ich noch den Stahlprediger irgendwo, irgendwo, ich weiß nicht wo, aber irgendwo ist er, ist aber auch egal, ich finde ihn schon wieder, da ist er, genau, und hier unten habe ich auch noch nicht vergessen, zerspittert das Riff, aber eins nach dem anderen, ich sogar jetzt hier mal oben rum, und ich hätte noch eine Kopfgeldqueste, also eine, versenke dieses Schiff, Kopfgeldqueste, irgendeinen weißen, irgendwas, wie hieß die, ich habe es vergessen. Desira, der weibliche Haie, Desiva, genau. Wo segelt die denn? Halt. Segelt mit ihrer Schwarzspitze in den Gewässern südlich von Sayuka, südlich von, achso, südlich von Sayuka. Okay, dann suche ich die mal gerade, ich bin ja jetzt hier irgendwo. Kapitän Hasporo. Der will was von mir. Ach, was denn nun schon wieder? Lasst mich doch mal in Ruhe. Was Krummsporn ist nur noch ein Streifen, lande deinem Rücken, als du eine Flotte heranahen siehst, es sind rauhe italianische Kriegsschiffe, vollgestopft mit Kanonen, und sie bewegen sich sehr rasch. Sie nähern sich dir, und eine vertraute Gestalt lüftet die Mütze und hebt die Stimme zur Begrüßung. Wächter, bist du es wirklich? Ach, Kana, Ruhe, grinst dich mit unverfrorenem Entzücken an, stößt den konfusen Kapitän des Schiffes mit den Schultern zur Seite, um sich über die Reling zu beugen. Kana, also Kana war ein Gefährte im ersten Teil von Pillars of Eternity. Und er sagt, ich hätte es wissen müssen, dass ich dich hier draußen finde. Jedenfalls ist das überall sehenswert. Ich weiß, dass du kommen wirst. Was? Ich weiß, dass du kommen wirst. Hä? Schön, dich zu sehen. Ich verstehe dich nicht. Ich habe dich wirklich vermisst, weißt du? All unsere Abenteuer. Daher wusste ich, dass du nicht tot bist. Der Fürst von Cat Noir, getötet? Unsinn. Wann? Nach der Flucht aus der einstürzenden Eishöhle? Nach dem Besiegen von nicht einem, sondern gleich drei Drachen? Die Götter selbst hintertrieben? Also er spielt es auf Ereignisse aus dem ersten Teil an. Nur damit du von einem riesigen Fuß zurück wirst? Absurd. So ist die Geschichte aber nicht. Kana verschränkt die Arme. Wo hast du gesteckt? Was sonst? Von allem berichten. Was passiert ist? Sie waren nicht erpicht darauf, dass ich herkomme. Aber ich habe einen Aufschauen gemacht. Und tja, wer sagt schon dem Lieblingssänger des Kaisers, dass er nicht in den Krieg ziehen kann? Die Schule des Wissens wird vielleicht überrascht sein, deinen Namen wiederzuhören. Kana grinst breit. Sie nennen es gekünstelt, aber die Wahrheit ist, dass das Leben manchmal wirklich so seltsam ist. Ja, wir müssen beide Verantwortung übernehmen. Kannst du das glauben? Ich und Verantwortung. Kana kichert leise in sich hinein. Das. Und der Kapitän wird nervös. Pass auf dich auf, mein Freund. Wir schreiben dir zu Ehren ein Seemannslied. Der Kapitän boxt sich schließlich bis zur Reling durch und beugt sich steif nach vorne. Schön, dass der Kapitän auch noch was zu sagen hat. Klare Himmel, Bruder Arik, und gut gemacht. Wir kümmern uns um die Verteidigungsanlagen des Hafens. Die auf Fleck versammelten rauer thaiianischen Soldaten tragen schwere Panzerhemden und an ihrer Seite glitzern und funkeln die Klingen. Sie sehen aus, als seien sie für alles bereit. Wer bist du? Wir sind die Rukwapa. Wir dienen als Ranganuis fähigste Krieger. Die Truppen hinter ihm verschränken wie ein Mann ihre Arme. Kana folgt dem Beispiel ein paar Sekunden später und verzieht verlegen das Gesicht. Azura hat keine rauer thaiianischen Schiffe erwähnt. Und der Kapitän sieht aus, als ob er sich unbehaglich fühlt. Ich würde es mir nicht anmaßen, Azura Nuis Pläne zu kennen, aber ich habe den Befehl, den Hafen gegen Piraten und Sklavenhändler zu sichern. Der Kapitän des führenden Schiffs verbeugt sich, als es mit deinem Schiff gleichzieht. Klare Himmel, Bruder Arik, und gut gemacht. Wir kümmern uns um die Verteidigungsanlagen des Hafens. Die auf Deck versammelten rauer thaiianischen Soldaten tragen schwere Panzerhemden. Und an ihrer Seite glitzern und funkeln die Klingeln. Sie sehen aus, als seien sie für alles bereit. Okay, ruhige Meere lebt wohl. Er verschränkt die Unterarme von der Brust. Sein Schiff entfernt sich. Also irgendwie attackieren die rauer thaiianer gerade krummspornen. Am Ende vom letzten Teil habe ich hier ja eine riesige Flotte gesehen, aber die ist jetzt auch wieder verschwunden. Ich könnte jetzt ganz rasch zu Azura segeln und gucken, was da los ist, aber ganz ehrlich, zumal ich später. Was blinkt denn hier schon wieder? Was bin ich in Ruhe? Ich will, äh, achso, diesen weiblichen Hai finden, richtig. Halt. Da ist er. Ich muss da hin segeln. Sie kommt mir entgegen. Da ist sie. Die sie war der weibliche Hai. Bumm. Jo, das dürfte alles nicht schwierig sein. Tempo. Tempo. Die sie war der weiblichen Hüter. Das dürfte alles nicht wichtig sein. Die sie war der weibliche Fertig. Die sie war der was zum Beispiel. Das war der Weiblichen Hüter. Das war der Weibliche Hüter. Die sie war der weiblichen Hüter. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war's. Und die Siva ist nicht mehr. Gute Agebuse und so weiter. Gute und außergewöhnliche Dinge. Nichts Besonderes dabei auf den ersten Blick. Das bleibt so. Dann die Farben der Königischen Todesfeuergesellschaft. Hier ein Trollstichsegel. Man ist schneller und hat besseren Segelzustand. Ein bisschen Nahrungsmittel. Jo. Alles nehmen und fortfahren. Ich brauche das Geld. Das wird nicht an die Mannschaft verteilt. Moral ist auch so hoch genug. Alles klar. Also, ich habe ein paar Verletzte. Das bist du. Und dann kommst du noch dazu. Ihr werdet geheilt. Ich habe genug Medizin. Ich habe auch genug Vorräte. Ich kann direkt weiter tuckern. Und zwar würde ich gerne der oben hin. Die Erkundung des Todesfeuers wieder aufnehmen. Ich kann da noch nicht weiter rauszoomen. Jetzt bin ich wieder hier bei diesen Ratuns. Ach, es gibt den nächsten Krach. Scheiße. Die Ratuns, die greifen mich ja immer alle an. Muss doch jemand sein. Da. Das ist nervig. Wobei, die segelt von mir weg. Das ist erstaunlich. Ach, jetzt hat sie mich gesehen. Okay. Angriff und die nächste Beschleunigung. Oder rooted in dercrü rulersen. Diesmal von der Passage. Los geht's in der Mitte. Bis zum nächsten Mal. 취z ein natürlicheHigh imperfect. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Und das war's, Beute. Triumph der Fall Sud, so heißt das Schiff hier. Einiges an Kupfer und Gold, Aquamarinen, Urflamme. Jetzt würde ich aber ganz gerne mal die Großquirling ein bisschen reparieren lassen. Gleich den nächsten Schiffskampf, das wäre jetzt nicht so schön. Wobei Rumpfzustand geht sogar noch. Ja. Deswegen schuckert mal stumpf hier ein bisschen durch den Nebel. Macht mal euer Ding, ich muss mal ein paar Tage vergehen lassen. Zum Glück ist der Doktor nicht verletzt. Was habe ich da? Ach, da ist die Radzei-Passage. Das ist einfach nur so ein Böppel auf der Karte, dass ich die finde. Unbekannter Standort. Da oben ist dieses Junvik mit diesem Schatz. Hier ist Orioko Iki. Was war denn da? Orioko Iki. Ich habe keine Ahnung. Das hier ist es nicht. Kornu habe ich erledigt. Kluger Vorschlag. Eldis. Jawohl. Gleichgesinnte muss ich zum Direktor. Desiva habe ich gemacht. Vorwärtsspringen muss ich noch warten. Krummsporn leerräumen. Dann muss ich erstmal zur Azura. Erleuchteter Pfad ist Hasongo. Geschminkte Masken. Das ist Alot. Geistes Baradies ist ganz woanders. Kartierung. Kopfgeld Duokas habe ich aber gemacht. Beinahe auch. Keine Ahnung, welche Queste mich da jetzt hinführt. Orioko Iki. Hier ist irgendwas. Reagenz. Ich gehe da erstmal nicht an Land. Weil ich jetzt gerade nicht weiß, welche Queste ich da jetzt wieder in der falschen Reitfolge machen würde. Das nächste Pestschiff. Das ist nervig. Medizinische Vorräte kann ich gebrauchen. Was ist hier? Lösung. Das ist gut für Bombenbau und so. Das Pestschiff lasse ich auch mal sein. Das bringt sowieso wieder nichts. Ich habe mich mal kundig gemacht mit diesen Pestschiffen. Ich glaube, es ist so, mit meinem Schiffsarzt Großmaul kann ich da nichts machen. Ich müsste einen anderen Arzt haben. Und zwar müsste ich angeblich Alt-Engrim, der ja auch ein bisschen Chirurg ist, ihn als Arzt haben. Und der müsste dann auch irgendwie besser sein, damit man da vielleicht was machen kann. Das ist total komisch, weil warum soll ein Großmaulchirurg da nichts machen können? Das ist total unlogisch. Und es gibt aus rollenspielerischen Gründen für Arig im Moment keinen Grund, hier das auszutauschen. Weil ich habe hier ganz viele Verletzte und es braucht ganz viel Zeit und so. Deswegen wird das Pestschiff gemieden. Die Helden haben es halt einfach nicht gesehen. Was ist hier? Präparaturvorräter. Schön. Hier ist was. Ach, hier ist diese Schatzinsel von dem Kapitän der Brandfackel. Das könnte ich auch machen. Kapitän Henquas, Schatz. Ich mache das aber in der nächsten Episode. Das könnte wieder ein bisschen länger sein. Ich glaube, ich sehe noch ein bisschen rum. Vor allem möchte ich auch, dass die Großgewerling wieder ein bisschen repariert wird. Was ist hier? Hier ist der stiefel saugende Sumpf. Okay, das könnte was für die Kartierung sein. Und wieder Orlanerkopf oder was? Ja, 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 ja. Komm, das kann man jetzt schon. Ja, 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 ja. Das habe ich jetzt schon zum dritten Mal gehabt. Das lese ich nicht mehr vor. Wer bist du? Du bist Mürlesven, die wahrlich Wahnsinnige. Sie ist eine Unabhängige. Boah, du willst ja nichts von mir, richtig? Ich gebe den Helden hier an Land. Ich glaube, ich muss auch ein wenig mal wieder rasten mit den Helden. Weil die wohl keinen Rastbonus mehr haben. Es ist eh gerade dunkel. Dann rastet mal. Mit Wahrnehmungsbärchen, genau. Und dann lassen wir uns mal die Stiefel vom Fuß saugen im stiefelsaugenden Sumpf. Das ist eine Alliteration auf S. Wie ihr garantiert alle, alle bemerkt habt. Du stapfst durch ein dunkles, kaltes Moor. Das Wasser um dich herum wird immer tiefer, je weiter du das Moor eindringst. Unter deinen Stiefeln sind Schlamm und glitschiger Matsch. Der Pfad nach vorne wirkt noch trügerischer als der Pfad zurück. Doch jetzt bist du schon einmal so weit gekommen. So, fortsetzen, Überlebensprobe. Edea. Ach, Mensch, Scheiße. Du stapfst weiter durch das Moor. Aufmerksamkeit, nein, Edeas Aufmerksamkeit ist kurz abgelenkt. Und da ist es auch schon passiert. Er tritt auf einen Flecken, schwankenden Boden und versinkt tief im Wasser. Edea sich selbst überlassen. Nein. Rausziehen. Das macht Achink, das ist bestimmt eine Machtprobe aus einer Athletikprobe, ist ehrlich zu fassen. Ach, ihr seid solche Mäuse, ihr seid solche Mäuse. Du tauchst eine Arme, das schlammige Wasser, aber kannst Edea zwischen den verfaulenden Pflanzen und Bauwurzeln nicht finden. Einige angespannte Momente vergehen. Dann steigt ein Schwall von Luftblasen an die Oberfläche. Edea durchbricht prustend und nach Luft schnappend die Wasseroberfläche. Du ziehst Edea aus dem Wasser. Gemeinsam lasst ihr euch auf trockenes Land fallen. Edea hustet eimerweise Moorwasser hoch und liegt stöhnt am Boden. Ach, du Armer. Edea wurde verletzt. Weitergehen. Das Moor liegt still da. Es riecht nach Verfall und im abgestandenen Wasser haben sich über mehrere Jahrzehnte hinweg unzählige tote Pflanzen und Tiere angesammelt. Ein dichter Nebel breitet sich auf dem Wasser aus. Mehrere vermummte Gestalten tauchen still aus dem Nebel auf. Eine Herde von Moorlaurern direkt hinter ihnen. Ein großer, männlicher Aumauaner an der Spitze der Gruppe zieht sein Schwert und richtet es auf dich. Ha, ha, ha. Die Geste gebe ich mal ganz direkt zurück. Grober Klotz und grober Keil, du weißt Bescheid. Wenn dir daneben lieb ist, verlässt du diesen Ort und kehrst nie mehr zurück. Er starrt dich finster an, als würde er nur darauf warten, dass du ihn herausforderst. Warum sollte ich auf dich hören? Ich bin der Wächter dieses Ortes und ich werde es dir nicht erlauben, ihn mit deiner Anwesenheit zu entweinen. So. Kommst du auf dir her? Was, 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 was? Ich könnte jetzt diplomatisch versuchen zu sein. Ah ne, komm, ich hab grad Bock auf eine Reiberei angreifen. Ich hab Bock auf eine Reiberei. Wächter dieses Ortes, das wird ja noch schöner. Er spinnt wohl. Die spinnen alle hier an dem Spiel. Du bist ja nicht willkommen. Das hast du nicht zu entscheiden. Na gut, es ist sein. Stimmt, natürlich hast du das zu entscheiden. Aber trotzdem. So nicht. Idearchen ist verletzt. Aber das wird nichts ausmachen. Chaos-Kugel dahin. Ganz schnell. Dringil, haben wir irgendeinen? Ne, das ist irgendwie alles. Ne, das ist doof. Auf die Sumpflaura mach ich keinen Schachzug. Das ist Verschwendung. Herr Korf ist er. Danke. So, erstmal ganz schnell da den ersten Feuerball hingeschmissen. Und dann der nächste Segen. Ähm, der greift an. Arek greift diese Schweinebande an. Arek, was machst denn du? Och, Hase. Manchmal bist du einfach ein bisschen zu unkoordiniert. Keilergefähr. Das muss doch gehen. So. Das war der erste Feuerball. Schmeißen wir gleich auch den zweiten hinterher. Und Xodi brennt denen eine drauf. Wo ist denn eigentlich eh der? Ach, der steht da. Alles gut. Ach, du kannst mal ein bisschen treten. Treten. Nein! Du konntest doch da, wo du warst. Was ist denn? Wie, 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 wie? Jetzt renn doch nicht weg. Du standst doch perfekt. Mann. Mach's nochmal. Komm. Au. Das tut weh, oder? Tut das weh? Das tut weh. Okay. Dann hätte ich jetzt ganz gerne mal Äh, Xodi. Scheinendes Leuchtfeuer und so weiter. Ist das jetzt gekommen? Das ist gekommen. Hat sogar ordentlich Schaden gemacht. Mach du mal den da. Wegen Arek. Der tritt gleich noch. Herr Kurfürser, was könnt ihr denn noch tun? Schönes. Vielleicht ja noch einen verzögerten Feuerball, aber das dauert dann wahrscheinlich zu lange. Aber trotzdem. Trinke, wir haben hier ein Schwein. Das braucht Zuwendung. Arek tritt den Keilergefährten. Ja, gut. Da kommt der Heilungskreis. Mach mal bitte den. Spontan Heilung. Ist jetzt der... Ist jetzt der... Verzögerter Feuerball tickt schon. Okay, dann sollten die Helden nicht nach vorne hinlaufen. Attacke hier. Oder mach erst mal den. Sicher ist sicher. Dringil. Schieß auf dieses Vieh. Du gibst ihm... Ein Zauberbuch-Slam. Xodi, kommt mal dieser heilige Glanz gleich? Oder was ist hier los? So, die sind alle noch am Leben. Das ist ja fürchterlich. Hau da mal so ein Ding rein. Das ist ja ganz schlimm hier. Tringil schieß. Arek. Attacke. Der zerr mal dieses Schwein zu dir. Alut hat nichts zu tun. Das ist nicht schön. Ganz ordinären Schauernebel. Das ist ja auch doof. Das ist auch nicht schön hier. Welkender Wind. Das ist reiner Schaden. Mach mal. Auf alle. Xodi, mach dein Ding. Danke. Das muss ich ja mal für Heilung sorgen. Das ist ja schlimm. Das ist richtig heftig. Die abprallenden Fluggeschosse wären jetzt ideal, aber genau die habe ich nicht mehr. Die Ogras Anziehung ist auch weg. Machen wir mal Teins Chaos Google. Nee, das ist blöd. Dann machen wir hier mal so eine Wand. Attacke. Arek, dir wird gleich geholfen. Hoffen wir. Angriff. Der ist auch gleich weg. Trinke, du schießt hier. Der ist auch gleich weg. Habt alle was zu tun. Jawohl. Okidoki. Da kicken. Der steht da drin. Haut zu. Xodi. Wir hätten gerne mal diese doofen Dornen. Da. Trinke schießt sich ein auf das Ding da. Und Arloth hat nichts zu tun. Hau mal auf den da drauf. Wer ist das? Das ist Ari. Der hat auch wieder nichts zu tun. Kann nicht wahr sein. Tritt ihn. Oh, es ist ja hier. Ich weiß es nicht. Schachzug. Schachzug. Hab ich gesagt. Und. Irgendwas, was direkt einen Schaden macht. Hier. Und du schießt da. Der überlebt das hier nicht, dass er hier durchgebrochen ist. Attacke. Ringgiel. Wer war's? Ah, ich hatte ihn gekillt. Ach, das war Ariks Aura. Aha. Xodi, wir brauchen doch mal Heilung irgendwie. Arloth. Die wollen's alle irgendwie wissen. Angriff. Xodi, was kannst du noch machen? Mach mal. Da. Die da hinten sind nämlich viel zu sicher irgendwie. Wo ist denn Ringgiel eigentlich? Der steht da vorne drin. Der ist da reingezogen worden. Kann das sein? Angriff. Gegner weg. Mach den Totschläger. 114. Wieso geht denn das nicht? Nur mit Nahkampfwaffen oder was? Naja, das kannst du ja auch machen. Kein Problem. Hier auf den. Stehst eh da vorne. Arik hat gerade nichts zu tun. Das bleibt auch mal so. Okay. Der lebt noch. Ich glaub's nicht. Ich wollte erstmal hier diesen Sturm abwarten. Dann. Geringe Fürbitte. Heilt ein bisschen. Ringgiel Heilung. Da auf die Kollegen. Arik. Treten. Arloth schießen. Ringgiel wieder in den Fernkampf. Und einen guten Schuss. Der ist schon fast platt. Arik ist halbwegs gesund. Sturm auf den. Und Eder stürmt auf den nächsten. Eure Sumpflaurer Front ist durchbrochen. Xoti schießt. Ringgiel schießt auch gleich. Allo schießt auch. So. Der eine wäre weg. Zwei wären weg. Und hier auf den letzten. Ohne viel Theater. Aber einen Schachzug habe ich noch übrig. Uhuhuhu. Ich habe mich selbst eingeladen. Gebe ich zu. So. Sammelt euch. Ja. Sumpflaurer Kram. Pilze. Kräuter. Und dergleichen. Sumpfwachen. Ich habe hier einen einzigartigen Ring der Regeneration. Schaue ich mir gleich an. Geht zu Eder. Hervorragender großer Schild. Hervorragende Brigadine. Das ist alles sehr teuer zu verkaufen. Prima. Und hier. Dolch. Hervorragende Rohhaut. Rüstung. Noch eine. Und noch eine dritte. War das alles? Ich glaube ja. Dieser Sumpf. Diese Sumpfwache. Die war irgendwie hier dieser Typ. Der hier der Relsführer war. Ring der größeren Regeneration. Gibt plus drei Gesundheit pro sechs Sekunden. Plus drei Gesundheit pro sechs Sekunden. Hm. Also pro Sekunde halbes Gesundheit. Das brauche ich eigentlich im Moment nicht. Ich lasse es mal hier im Gepäck. Aber eigentlich brauche ich das im Moment nicht. Das kann mal weggehen hier. Brauche ich da oben nicht. Gut. Das hier ist ein Sumpf. Da gibt es vermutlich keine Kräuter. Aber wer weiß. Ich würde die Helden auch mal rasten lassen. Aus rollenspielerischen Gründen. Weil der gute Eder hier so ein riesen Problem hatte. Mit dem Sumpfloch. Und sehr gerne ein bisschen verschnaufen möchte. Auch nach dem Kampf jetzt hier. Ein weiterer Kampf auf der Insel ist mir ja noch gewiss. Jetzt renne ich mit Xodi rum. Das ist auch okay. Ja. Nix da. Dann. Wo ist hier eine Windrose? Habe ich so eine hier? Habe ich gar nicht sowas. Xodi, kommst du auch? Ja. Ihr müsst hier rüber. Und dann da. Zurück auf die Insel. Jetzt dürfte dieses Ding auch verschwinden. Frage. Kann ich jetzt hier das benennen? Nein. Ich glaube nicht. Dazu muss ich irgendwo reinlaufen. Das ist einfach nur eine Rabatzstelle gewesen. Dann. Du wirst doch von mir nichts wollen, liebe, oder? Frisches Obst. Dann rastet hier mal. Mit Beeren. Jawohl. Düserbeeren habe ich mehr als genug. Das reicht bis zum Ende des Spiels. Ich glaube nicht, dass ich da nochmal nachkaufen muss. Rückzugsort des Ausgestoßenen. Das ist bestimmt auch wieder ein Kampf. Und wer der Ausgestoßene sein mag, das sehen wir gemeinsam im nächsten Teil. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.